Baddhas Swastika-Sanah ist die verschränkte Glücksstellung oder auch die gebundene Swastika-Stellung. Swastika-Sanah sieht ja so aus, dass du einen Fuß von oben zwischen Oberschenkel und Unterschenkel gibst und den anderen Fuß von unten zwischen Oberschenkel und Unterschenkel gibst. Ist also ähnlich wie der Lotus, aber die Füße sind etwas mehr verdeckt zwischen oberen Unterschenkel. Und dann von hier ausgehend, die von hinten die Füße fassen, den einen Fuß fasst du an dem Großzeh und den anderen Fuß an der Ferse. Und so bist du in Baddhas Swastika-Sanah, nochmal ein gutes Stück schwieriger als Baddha-Padmasanah, der gebundene Lotus.